Wo sind wir jetzt, Rino? Im Tal des Todes. Im Tal des Todes. Kommen wir da wieder raus? Wir kommen nie wieder raus. Ah ja. Dann müssen wir nur den Weg zurück, was wir denn laufen sehen. Und was machen wir, wenn wir Durst haben? Dann müssen wir hier verdursten. Wenn wir hier nie wieder rauskommen. Okay. Viele Menschen waren hier noch nie. Wir sind hier nur. Ja, musst du bullern? Ja. Dann lass die Mama dich mal bullern, dann bewässerst wenigstens mal hier das Umfeld. Mama, ich bin gefüllt, wenn ich so schnell hochlau. Das stimmt. Langsam. Du rutschst ab. Was tue ich? Du bist ein bisschen ab der Rutscht. Schau mal an, wenn du mit mir sprichst. Du bist ab der Rutscht. Jetzt darf der noch mal schreien. Komm Rino, wir schreien. Die geländegängige Bergfamilie. Mit Ziegen und Brücken. Rino. Stopp. Wer soll uns aus dem Tale des Todes führen? Die Mama? Nein, du? Ich weiß nicht. Wer ist du? Der Papa? Ich weiß nicht. Ich weiß wer. Der Buck. Der Buck. Siehst du hier einen Buck? Nein. Wie hast du dich wieder angezogen? Du schaust aus wie ein Kasper. Nein. Außerdem habe ich mit Rino geredet. Ich wollte von ihm wissen, wer... Ich habe eine Idee, wie wir rauskommen. Einfach schießen. Einfach dem Fluss folgen. Einfach dem Fluss folgen. Dann kann man raus aus dem Tale des Todes. Probieren wir das einmal, ja? Ja. Rio de la Morte. Der Todesfluss aus der Schlucht des Todes. Soweit sind wir jetzt einmal gekommen, dass wir zumindest in halbwiegiger Zivilisation zurückgekehrt sind. Wohlbehalten und schwer unverletzt.